Harry und Meghan legen nach. Eine Woche nach der Veröffentlichung der ersten drei Episoden ihrer Netflix-Dokumentation werden die nächsten drei Folgen ausgestrahlt. Dem Trailer und der Meinung von Experten zufolge könnte es nun um einiges explosiver werden. Demnach wirft Prinz Harry dem Buckingham-Palast vor, für seinen Bruder William gelogen zu haben, um diesen zu schützen. Umgekehrt habe keiner die Wahrheit sagen wollen, um ihn und seine Frau Meghan zu schützen. Die US-Amerikanerin sagt in dem Trailer, sie sei den Wölfen zum Fraß vorgeworfen worden. Gegen wen sich die Vorwürfe genau richten, bleibt zunächst unbeantwortet. Allerdings legt der Trailer nahe, dass Harry seinen Bruder William und dessen Umgebung für einige Geschichten verantwortlich macht, die in der britischen Presse über ihn und Ehefrau Meghan veröffentlicht wurden. Dies könnte zu neuem Zündstoff im Bruderstreit führen. In den ersten drei Netflix-Folgen von Harry und Meghan ging es um die Boulevardpresse und den Rassismus im Königshaus. Dem Ansehen des Paares in Harrys Heimat Großbritannien ist die Dokumentation wohl eher nicht zuträglich. Die beiden gehören mittlerweile zu den unbeliebtesten Mitgliedern der Königsfamilie, gleich nach Prinz Andrew. Die beiden gehören mittlerweile zu den